Das eine war wie das andere. 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 Wenn ich auf meiner Jagdhütte die schäumende, laue Milch in mich hineintrank, die ein struppiger Mensch einer schönen, sanftäugigen Kuh aus dem strotzenden Euter in einen Holzeimer niedermolk, so war mir das nichts anderes, als wenn ich, in der dem Fenster eingebauten Bank meines Studios sitzend, aus einem folianten, süße und schäumende Nahrung des Geistes in mich sog.